moin moin und herzlich willkommen zurück zu gothic ja wir wollten noch mal in die alte mine rein und schauen ob wir gegen die jungs und mädels da noch mal klarkommen mittlerweile ob wir da nicht noch irgendwie was vergessen haben übersehen haben vielleicht sind hier noch ein paar mine war hier und ich habe auch beim schneiden hier gesehen wir haben hier schlüssel übersehen von wo auch immer der schlüssel her kam also das können wir auch erstmal speichern den schlüssel dass wir jetzt den schlüssel eingesammelt haben ja der verprügelt erstmal wieder den so und hier die leiter runter nur so und ja ich habe auch beide oben schon ausgelootet deswegen hat er auch kein erz so dann wollen wir hier mal runter ja und jetzt muss schnauzer was der für ein problem hat so können wir den jetzt aufmachen nee seine kiste können wir nicht öffnen du bist schon tot du weißt es nur noch nicht ja dann komm her ich weiß jetzt nicht was für ein schlüssel wir eingesammelt haben was war denn das schlüssel aus einer höhle vor der großen ruine zur freien mine stammt aus einer grufe unter dem steinkreis hier alte bergwestern ein rostiger alter schlüssel der zu einer truhe gehört der bohrschlüssel hatten wir auch schon haben wir eigentlich schon das eine ding da bei kevalon aufgeklickt so die rennen schon mal weg ne von hier war das nicht der schlüssel in dem auch nicht und was haben wir jetzt den schlüssel eingesammelt und boah sorry ich merke langsam ich werde krank und der eine dude schießt schon auf uns aber er trifft uns noch nicht dann machen wir hier ein save game so ok warum rennt er weg ja gut dann machen wir erstmal die beiden so Ulbärt ja komm wir sehen ihn an Ah, nehmen wir alles mit und so erstmal auch wieder Gesundheit voll machen. So, und hier. Leichte Arme, los, die nehmen wir mit. Und das Erz kann ich nicht mitnehmen. Ja, der bleibt erstmal verschüttet. Was ist jetzt aber mit ihnen los, dass der so abbraut? Okay. Alter, wie viel Erz. Den hatten wir? Nee. So, das Erz nehmen wir auch noch mit. Nee, warte mal. Da hast du von, Hulbert. Oh, und dann auch noch mal weg. Dann hat er die gesnackt, glaube ich. Nee. Doch, die hat noch gefehlt. So, wo ist ihr denn? Und hier sind die Mindcrawler auch nicht mehr da, oder? Die sind hier nicht gerespawned. Den habe ich jetzt nur verpügelt. Aber warte mal, wieso kam er jetzt von hier? Wieso kam er jetzt von hier? Hat er jetzt irgendwie ihn getötet? Ja, ja. Erstmal aber auf jeden Fall in Waffen hin. Na, ich habe jetzt keine Ahnung, wo Ian und so jetzt wieder hingelaufen sind. Einer ist auf jeden Fall nach oben geflüchtet. Dann gehen wir auch mal hoch. Da ist Ian. Ach, Ian kann... Ich kann Ian keinen Schaden geben, oder wie? Ihn kann ich nicht verletzen? Wieso kann ich Ian nicht verletzen? Okay, was Ian angeht, müssen wir vielleicht später nochmal herkommen. Jetzt muss ich warten, bis er fertig ist. Mit der Leiter. So. Da packst du dich nicht noch einmal. Sonst gibt es hier nichts, he? Ja, aber... Irgendwo müssen wir doch nochmal diese Minecrawler finden. Diese Minecrawler-Warrior. Wir brauchen diese Platte. Ich will die Rüstung haben. Du bist schon tot, du weißt es nur noch nicht. Ne, ich bin nicht der Tote. Aber wo finden wir jetzt... ...ne, die neuen Minecrawler? Da ist ja noch einer. Oder sind Ian. Okay. 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 Okay, wo ist denn der Templer hin? Kessel kann ich nichts machen. Na echt, aber wo ist der Templer hin? Haben die den Templer jetzt getötet? Okay, die fliehen jetzt erstmal außer Mine. Ja, gut. Ja, gut. Dann gehen wir mal raus. Ja, die Mine bringt mir jetzt aktuell gar nichts. Ich weiß auch nicht warum. Dann wollen wir nochmal in die Freie Mine gehen. Vielleicht haben wir da wirklich was übersehen. Ganz am Anfang auf jeden Fall waren wir untenrum nicht. Also in der Freie Mine unten direkt am Anfang. Wenn man da reinkommt, direkt runtergegangen. Sind wir ja nicht. Vielleicht hat... Äh... Geht da noch was? Vielleicht gibt es da noch irgendwie was, was wir übersehen haben. Aber ich will jetzt wirklich wissen, was das für eine Rüstung ist aus den Minecrawler-Panzern. Und ich weiß auch nicht, wie viele wir dafür brauchen. So, haben wir noch irgendwie einen Frank für Geschwindigkeit? Ne, haben wir nicht. Aber wir könnten mal davon eintrinken. So. Gehen wir mal hier rum. Hier geht es deutlich schneller. Nein, ich will nicht tauchen. Ähm... Wie steuert man nochmal? Ja, okay. Ich habe keine Ahnung, wie man... Ah, okay. Unter Wassersteuerung habe ich jetzt rausgefunden. Ich hoffe, ich kann mir das auch bemerken. Und so. Und hier lang. Ja, echt. Ich werde langsam krank. Auf jeden Fall. Ähm... Da muss ich auch auf jeden Fall schauen, dass ich... Irgendwas schonendes für meinen Hals tue. Dass ich mir vielleicht gleich erstmal... Einen Tee mache, statt einen Energy. Irgendwas auf jeden Fall gegen den Husten. Der ist seit gestern Nacht angefangen. Und wir haben ja heute den... Den 23. Juli, wo ich das hier aufnehme. Und ja. So, aber wir wollen jetzt noch einmal in der freien Mine schauen. Auf jeden Fall. Es kann nicht sein, dass wir da keine Minecrawler mehr finden. Keine Minecrawler- äh, Warriors. Und die sind ja hauptsächlich in den Minen unterwegs. Warum gibt es auch keine schnellere Möglichkeit, hier rumzulaufen? Oder irgendwo anders hinzukommen? Das ist bisher wirklich der schnellste Weg. Wo zu springen. Was ist das so? Dann... Ne, wir sind immer noch nicht da. Das hier habe ich vergessen. Dass wir hier auch nur dann vorbei müssen. Dann gut. Was gibt es denn hier unten jetzt? Also... Ja, also... Was da unten gibt es, ist klar. Aber ich meine jetzt... Da wir jetzt... Da... Aua! Da wir da jetzt... Nochmal hingehen. Äh, nein! Aua! Nur weil ich es jetzt schneller haben wollte. Äh... So. Machen wir erst mal die hier. Und rein da. So, speichern wir noch einmal. Und diesmal... Nehmen wir mal eine Fackel. Irgendwo haben wir definitiv was vergessen. Übersehen. Hoffe ich zumindest. Und hier ist es ja immer so dunkel. So. Aber den Bereich hier unten... Sind wir glaube ich nur einmal um zu kämpfen. Hier... Hier geht es ja wirklich weiter. Ja, und jetzt tritt den doch mal. So. Äh... Habe ich jetzt... Wie viele Panzerdinger? Luckehaut. Rollerzangen. Boah, bitte sag mir jetzt nicht. Ich habe die Panzerdinger da verkauft. Die Panzerplatte eines Mindcrawlerkriegers. Okay. Reicht das? Oder müssen wir noch ein paar mehr... Einsammeln. Hier haben wir noch einen. So, komm, kipp den! So, jetzt brauchen wir... Jetzt haben wir 18. Vielleicht müssen wir noch zwei finden. Also zwei Platten. So, speichern. Nicht, dass wir gleich beim nächsten drauf gehen. Äh, was? Äh, da ist ja noch einer. Okay. Wir haben hier noch ein paar gefunden. So, warte. Die müssen wir jetzt eben ganz schnell trinken. So, und jetzt brauchen wir eine Fackel. Sklavenbrot. Wir haben noch ein paar gefunden, auf jeden Fall. Äh, wir haben jetzt 22. Ähm. So. Ich hoffe, das reicht jetzt. Was wir hier haben. Und, dass ich da ausgerechnet noch runtergefallen bin. Aber, okay. Anscheinend geht es hier doch nicht weiter. Wir haben jetzt 22. Ich hoffe, wirklich, das reicht jetzt. Für die Rüstung. So, und dann wieder hoch. Ach, sorry. Ja, ich bin definitiv langsamer Kerl. Ich glaube, ich mache die Aufnahmesession heute auch nicht wirklich lange. Aber, dass ich dann zwei, drei Folgen nochmal ein bisschen im Voraus habe. Und danach einfach mal ein bisschen genesen. So. Können wir wieder einstecken. Gehen wir mal. Das sind auf jeden Fall mehr, als wir vorher hatten. So. Und dann zu Wolf. Beziehungsweise, wir legen uns hier mal pennen. Es wird schon langsam dunkel. Ruhe, Bett. So, bis zum nächsten Morgen. Du hast geschlafen und bist gut ausgeruht. Nein, das funktioniert so nicht. Wo war denn das nochmal? Da war der Weg. Das war der Weg hier runter. Und jetzt bin ich gespannt, was wir für eine Rüstung bekommen. Wenn wir die jetzt überhaupt bekommen. Wenn das überhaupt reicht, was wir da jetzt gesammelt haben. Suchen wir dann jetzt mal Wolf. Und. Ja, ich weiß jetzt echt auch nicht mehr, wie ich diese Lücken hier füllen soll. Mit welchen Themen. Weil hier herrscht jetzt auch nur noch was, was die ganzen Viecher und so weiter angeht. Nur noch Leerlauf. Muss man ehrlich sagen. Aber ich mache ja das Spiel trotzdem auf jeden Fall. Auch wenn die ganzen Viecher, Kreaturen und so weiter nicht automatisch wieder respawnen. Sondern immer je nach Kapitel. So. Ja, okay. Hier komme ich nicht schneller hoch. So. So. Hier aber dafür. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Ich frage mich, ob der Stamm-Lurker, der dort war, ob der auch wieder respawned ist oder stattdessen ein anderer Lurker da ist. Wir müssen auf jeden Fall alles mal abschlachten gehen hier. Haben wir dann jetzt hier Minecraft-Maincrawler-Platten-Rüstung. Die Quest haben wir auf jeden Fall noch offen. hallo ich habe jede menge dieser panzerplatten eingesammelt ich habe jede menge dieser main crawler panzerplatten eingesammelt fantastisch ich werde mich gleich an die arbeit machen wie lange wirst du dafür brauchen ich habe nicht die geringste ahnung das ist eine komplette neue entwicklung man schau einfach ab und zu bei mir rein wenn du in der nähe bist ok warte mal also sieben hat er jetzt mir zurück gelassen ok 18.000 wir haben fast 20.000 erz das ist eine menge ok aber dann können wir uns erstmal auf den weg machen irgendwie irgendwo irgendwas abzuschlachten verkaufen was auch immer dass wir ein paar skill punkte bekommen wir haben ja noch knapp 5000 4000 müssen wir noch ein bisschen mehr als 4000 müssen wir noch sammeln mal gucken was wir hier dafür abmurksen dürfen so gehen wir auch erst mal da hinten gucken ob da noch was da ist wieder gerespawnt ist wir brauchen ja die erfahrung die frage die ich mir jetzt stelle ist wie sie zeigen die methodos aus ist er jetzt eigentlich auf unserer seite oder ist er gegen uns der dammlücker ist nicht da ist denn da unten seht ihr das nein bitte in die an ah ok gibt es hier was zu looten ne aber wir müssen langsam wieder nach oben also ok ich kann jetzt aber erst mal hier lupt einsammeln und hier nochmal runter ok interessant die unterwassersteuerung aber hier in den hütten ist nichts also lohnt sich das auch nicht ist nur interessant dass die da sind aber die unterwassersteuerung nicht gerade optimal muss man sagen so gehen wir mal paar viecher abschlachten und es fängt wieder an zu regnen hier herrscht auch andauernd wirklich regen kann ich den sumpfkauf verkaufen habe ich du siehst aus als du etwas sumpfkraut haben wollte ich nehme einen stengel für zehn herzen als jederzeit wiederkommen oder ich dachte dass wir schon lange geklärt das sind das sind sie denn normalerweise nochmal das ist lieber über was anderes reden erstmal abwarten hier sind die nicht hier auch nicht hier habe ich keinen so kraut ich halte mich da lieber raus rachelstahl zwei händer ich bin am überlegen vielleicht auch auf die zwei händer zu wechseln zu skillen ich scheine doch ein bisschen stärker zu sein und wir können hier ja keine schilde haben dass wir dann vielleicht doch eher das nehmen und er gibt 92 schaden unser berserker wort nur 66 wo können wir zwei händer lernen bei wem sobald lass mal darüber wirklich hin hingehen auf zwei händer da sind wir jetzt ungeübt so dann müssen wir was haben wir noch für quests wolf hat 15 dieser mindtroller platten von mir erhalten benötigt etwas zeit und bat mich später wieder zu kommen ok verbannung aus dem alten lager da plätscher der nun mit einer gruppe gardisten am haupttor des alten lagers wach hält bezeichnete mich als verräter und abtrünniger er ließ sich auf keine diskussion ein und trifft mich sofort an sieht so aus als ob ich nun aus dem alten lager verwandt wurde nachdem ich aus dem alten lager verwandt wurde hat mich saturas im neuen lager willkommen geheißen lee der anführer der söldner will in dieser angelegenheit mit mir sprechen soll ihn aussuchen und anschließend wieder zu saturas zurückkehren plätscher der nun das haupttor bewacht reagierte ähnlich wie bloodwind am hinteren tor mir ist nicht klar warum aber muss etwas mit meiner fokussuche für das neue lager zu tun haben und weg in den schläfertempel sollen wir uns vielleicht doch jetzt vom sumpflager äh quatsch vom alten lager zu den leuten aus dem neuen lager anschließen ich bin mir da jetzt nicht sicher vielleicht gibt es dann noch ein paar neue quests oder so wo wir noch mal ein paar erfahrungspunkte sammeln können komm die entscheidung treffen wir in der nächsten folge dann vielen dank auf jeden fall dass ihr mit dabei wart ich bin's euer max deus und ciao ich bin's euer max 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 auch nicht Ich bin's euer adult muss ja ich Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020